Es ist hier ein neues Video, League of Legends mit Zeus in der Mitte und Co-Moderatorin ist wieder mal, ja, Jess. Weißt du, ja, diese Jess, ey, diese Jess, äh, Jess. Du musst doch das Mal spielen. Ja, spiel ich doch gerade. Ach so. Habe ich doch gerade gesagt, ich bin mit Zeus. Zeus. Zeus ist das eigentlich. Das ist auf jeden Fall. Und dann The Power of Love. Was nehmen wir denn am Anfang mal? Oh, ich weiß nicht, was ich am Anfang holen soll. Ich auch nicht. Ja, ich hole erstmal das Item, weil der wird so ein ätzendes Ding, wird das sein. So, und dann lasst uns mal los. Also, was war denn das? We war auf jeden Fall Movement Speed. Changing light, Zeus fire, a board of lightning, that answers between enemies, doing damage, a player has to charge each hit. Okay, das ist der Blitz, alles klar. Ja, ich weiß nicht. Sorry. Er hat einen Voiceback. Das hört sich so geil an. I'm the greatest, also Booty is the best beauty. Ha ha ha. Geil. Taste my blade, sagt sie. Taste my blade. Geht weg von mir, satan. Fly, friends. Jetzt geht's ab in die Mitte. Enemy missing middle. Oh, der Bolt ist nicht angekommen. Oh, are you kidding me? Me booty is the best booty. Me booty is the best booty. Boah, dieser Champion ist so OP, man. Lol, wieso konnte er das denn jetzt blocken? Boah, Thanatos spielt gegen den auf der rechten Blaine, okay. Okay. Fuck. 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 I don't like tower, starter attack. An enemy has been slain. Oh man, das ist so schwer gegen den. Mit Zeus, ich hasse eigentlich Zeus zu spielen. Ah, Loki ist bei den Jungler. Man kann dann auch, man pingt hier auch nicht, weißt du. Man macht halt so eine Kombo V, F und 2 drückt man. Dann sagt er zum Beispiel Enemy Missing Middle. Also, dass der Gegner halt fehlt in der Mitte, weißt du. Ach, hast du, ich bin raus. Ja? Ich bin Gehn, ich muss weg. So, Jess ist weg, das heißt, wir sind jetzt alleine hier. Die kann man, egal wie weit er weg ist, treffen. So, jetzt geht's. Me Booty Booty ist der BEST Booty. Geil. So geil. Jetzt gibt er mir wieder die Schuld. Dafür, dass der eine roamt. Ich kann aber nicht immer folgen, das ist das Problem. Oh, das ist das Problem. Wir müssen mal gucken, dass ich hier bald mal ein bisschen Movement Speed bekomme. Das ist die ganze Zeit schon SS. Da habe ich dir mal gezeigt, wo der Zeus... Loin? Triple Kill? Wie habe ich denn jetzt ein Triple Kill gemacht? Das heißt, ich kann mir schon mal die Boots kaufen. Äh, muss ich denn mal schauen. Dass ich den gleich cool an... Na ja, ich hole Penetration als nächstes. Oh Mann. Die müssen mehr safe stehen jetzt. Okay. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir ihn irgendwie gleich mal kriegen. Ich denke mir mal, Loki wird gleich kommen. Auf unsere Midlane. Das heißt, ich gehe erstmal wieder back. Ich attack mal die Rightlane. Ich komme noch weg. Nein, komme ich nicht. Loki war wieder da. Da kann man dann halt nichts mehr machen gegen. Später die Boots ausbauen. Das ist so ein Legendary Skin so mäßig. Der kostet 600. Sieht ziemlich witzig aus. Da wollte sie mir bestimmt gerade anhängen, dass ich gekscht habe da. Obwohl ich einfach nur gefeilt habe, weil sie ja schon fast tot war. Okay. 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 Dicker, WTF. Hat er den anderen gekriegt? Oh mein Gott, er hat den nicht gekriegt. Ich raste aus. Kriegt sie ihn? Oh Mann, vielleicht hätte ich ihn fast gehabt. Er hätte mal kommen sollen. statt immer nur die Knöpfe zu drücken Curses und Retreat und bla bla gibt's Movement Speed, deswegen mach ich dir weh an I'm going for Jungle Buff I gotten I really must Was ist das? Oh, ich bin weg. Jetzt haben wir erstmal die Boots, dann müssen wir mal gucken, dass wir gleich das andere Team ausprobieren. Wir gehen ein bisschen auf Tank, glaube ich. Also ich werde ein bisschen tanky gehen. Also no, dann wird er jetzt sterben. An ally has been slain. Ach, komm, Alter. Ich schreibe Attack, Left, Land und die Hurensöne laufen weg, Alter. Und ein nutzloses Gesocks, Alter. Oh, ich bin weg. Ja, der eine ist gut. Der Amosankap. Ich kann nichts machen, habt ihr gerade gesehen? Ich sag Attack und die gehen weg einfach beide. Gut gemacht. Squishy wie Bohnen, der Alte. Squishy wie Sau. An ally has left the game. GG. Stimmt wie der Mama, muss er wieder essen. Mein letzten Potman, den ich schon 20 Jahre drin hab. Retreat, Laflame. Retreat, Laflame. Ja. An ally has been slain. Ich werde Laflame. Ich werde Laflame. Ja, hat er seine Ulti vergammelt. Alter, der Vollidiot, der Vollidiot. Der Noob, Alter. Hat er richtig vergammelt, hat er. Ja. 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 Leider. Ja. Der Himmi ist tanky. Okay. Boom. They get blitzed. Good job. So, jetzt erstmal wieder zurück. So. So, ich gehe ein bisschen auf Tank. Also Physical Protection brauche ich auch noch. Es gibt Physical und Power glaube ich sogar. Ja genau. Das hier Physical Protection gibt es. Magic Power. Das ist gar nicht schlecht. Weil der eine macht schon ziemlich viel Schaden. Der Loki. Mist. Ja genau. Ja genau. Das ist gut. Das ist gut. Ja genau. Ja genau. Ja das kann passieren Kollege. Ich muss ein bisschen farmen jetzt. So, ein bisschen farmen. Ja genau. Good job. So, jetzt gehen wir mal angreifen da. Loll! Die Wall, Alter. Ja, noch ein bisschen Farm Ist immer ganz gut Oh Ah, jetzt kann ich nämlich auch gleich das Item kaufen So, und jetzt gehe ich als nächstes dann auf Power Ähm, dann würde ich mal sagen, ich hole mir Rabadons Ich nenne das immer Rabadons, weil das so wie Rabadon ist Ja, Au Quan geht nämlich auch auf Physical Protection Bisschen auf Cooldown Reduction Er geht ziemlich viel auf Cooldown Reduction Okay Was hat er denn jetzt gemacht? Okay, dann haben wir den Mittel Tower erstmal durch Outsch 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 Aber sich vorsichtig sein wenn er macht sich aber unsichtbar Wir können attacken Ah Holy shit So jetzt habe ich gleich das zweite dann auch ich weiß nicht muss man erstmal gucken Wir werden weiter bilden Zurück Zurück Freya sie hat ja noch ihre Ulti um zu escapen Aber ist trotzdem sehr gefährlich sie sollte da echt gut aufpassen Nice Schön gestunt damit seine Ulti nicht durch geht So sie sollte zurück gehen genau Der Sorberg ist tanky der kann das eigentlich Komm schon Da haben wir mit dem Damage gesessen noch Komm schon Wir haben gewonnen GG Danke fürs Zusehen wir sehen uns wieder Tschüss 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 Tschüss